Hallo und herzlich willkommen bei Kassenzone mit Caro. Ich bin Caro Juncker-Neue, ich bin Geschäftsführerin bei eTribes und ich spreche heute mit Dorit Postdorf, CMO bei DocMorris. Spätestens seit der Aufnahme mit Maximilian Achenbach von gesund.de im März verfolge ich den Markt und um digitale Gesundheit sehr intensiv und seit Dorits Antritt bei DocMorris bin ich an ihr dran, um noch eine weitere Perspektive eines weiteren Players in diesem Markt zu bekommen. Es hat nun endlich geklappt. Dorit war zu uns bei Besuch im Hamburger eTribes Office und wir sprechen über das erste Quartal des E-Rezeptes. Wir sprechen aber auch darüber, wie man Marketing in einem Markt macht, in dem man eigentlich nicht so richtig E-Commerce-artiges Marketing machen darf, aufgrund dessen es um Medikamente geht. Und wir sprechen aber auch darüber, welche Wachstumsoptionen vor allen Dingen rund um das Thema Plattformökonomie für DocMorris bereit liegen und es hat wirklich extrem Spaß gemacht. Sehr spannend. Es ist sehr erschreckend, wie unterdigitalisiert dieser Markt immer noch ist, aber eben genauso groß hat auch die Chancen für Unternehmen wie DocMorris und alle weiteren Player. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Hallo liebe Dorit, herzlich willkommen bei Kassenzone. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Wir kennen uns seit ungefähr einem Jahr und seit ich gehört habe, dass du zu DocMorris gewechselt bist, war ich an ihr dran, um endlich mal mit dir darüber zu sprechen. Also insofern wirklich ein herzliches Willkommen, aber stell dir dich doch am besten mal mit eigenen Worten vor, wer du bist, welche Rolle du bei DocMorris hast und vielleicht auch, wie du da hingekommen bist, weil das finde ich auch extrem spannend. Erstmal vielen lieben Dank, Caro, für die Einladung. Ich freue mich mega, heute hier zu sein. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren ein großer Fan und eine aktive Zuhörerin der Kassenzone. Sehr gut. Und das umso mehr seit du im letzten Jahr ja die Sommervertretung gemacht hast. Das stimmt. Dankeschön. Wie cool. Und seitdem ja regelmäßig und er bist. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Und ja. Wer bist du und was ist deine Rolle bei DocMorris? Ich bin Dorit und seit März diesen Jahres bin ich auf einer Mission. Und die Mission ist, die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland weiter voranzutreiben. Konkret bin ich Chief Marketing Officer bei DocMorris und kümmere mich aktuell darum, Deutschland zu zeigen und zu erklären und aufzuklären, wie einfach es ist oder sein kann, ein E-Rezept einzulösen und was das eigentlich für massive Vorteile hat, den voll digitalen Einlösungsweg für das E-Rezept zu wählen. Ja, es ist eine unfassbar spannende Aufgabe. Kommen wir gleich nochmal zu. Was hast du vorher gemacht, bevor du zu DocMorris gekommen bist? Ich war die letzten knapp 15 Jahre schon immer im Bereich E-Commerce unterwegs. Unterschiedlichste digitale Geschäftsmodelle. Letzte Rolle war Chief Commercial Officer bei Flaconi, also im Bereich Beauty, aber auch bei Outfittery. Ich habe also ein paar Jahre geschaut, dass alle Männer in Deutschland gut angezogen sind und perfekt aussehen, aber viele unterschiedliche Sachen gemacht, bei ProSieben gewesen. Und sozialisiert wurde ich in der Beratung. Die elf Jahre direkt nach dem Studium war ich bei Roland Berger und habe da so vom Junior Consultant bis nachher zum Principal alles gemacht. War da sehr, sehr viel unterwegs in Europa, aber auch im Mittleren Osten, also unterschiedlichste Stationen und Aufgaben. Ja, es ist ein ziemlich beeindruckender Track-Record, den du hinter dir hast und bist ja wirklich jetzt sehr viele Jahre auch im hochskalierten E-Commerce unterwegs gewesen. Lass uns mal mit DocMorris starten. Ich habe Ende des Jahres zum ersten Mal Berührungspunkte sozusagen mit den Online-Geschäftsmodellen im Gesundheitsmarkt gehabt. Alex treibt das Thema auch sehr rum. Er hat ja auch ein eigenes Vertical-Gesundheitszone. Ordne das doch vielleicht mal ganz kurz ein. Was ist eigentlich DocMorris und was ist eigentlich der Markt? Gerne. DocMorris ist im Kern eine Apotheke, eine Online-Apotheke. Das heißt, wir verkaufen ausschließlich über E-Commerce. Wir haben also keinerlei Filialgeschäft und der Markt ist zweigeteilt und das sind auch sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also da, die ticken sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite hast du mit einer Größe von knapp 55 Milliarden den Markt für rezeptpflichtige Medikamente. Also das ist alles, was man einfach nicht so bekommt, sondern wo du zum Arzt gehen musst, der musste das verschreiben und diese Medikamente bekommst du dann auch nur ausschließlich in einer Apotheke auf dieses Rezept. Es ist ein sehr, sehr großer Markt, wie gesagt 55 Milliarden. Daneben hast du, wie man das auch aus der stationären Apotheke bekommt, das OTC-Geschäft, also das Over-the-Counter. Das sind apothekenpflichtige Produkte, die aber nicht verschreibungspflichtig sind. Das heißt, die bekommst du auch wiederum nur ausschließlich in einer Apotheke, aber du musst vorher nicht zum Arzt gehen, um dir ein Rezept zu holen, sondern du gehst einfach in die Apotheke. Also ein klassisches Beispiel ist so ein Nasenspray oder Packung Ratiopharm, Paracetamol, Hustenbonbons, irgendwie sowas. Gehst du halt einfach in die Apotheke. Dieser Markt von der Größenordnung sind so um die 10 Milliarden. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, Beauty und Personal Care. Der, der ist sehr, sehr divers. Also da gibt es einige Marken, die auch ausschließlich über Apotheken vertreiben. Aber wir haben auch weitere, ich sag mal klassische wie Schwarzkopf oder solche Marken bei uns im Sortiment. Und um den auch nochmal einzuordnen, das sind so über 20 Milliarden. Also von der Größenordnung OTC mit 10, eigentlich der kleinste Markt, Beauty und Personal Care. Und dann das rezeptpflichtige Geschäft mit knapp 55 Milliarden. Ich glaube, der große Unterschied ist auch da nochmal die Wettbewerbsintensität. Also Beauty und Personal Care hast du wahnsinnig viele Spiele. Also auch Flaconin, Douglas, aber eben auch stationäre Drogeriemärkte, die alle in diesem Markt aktiv sind. Und OTC geht nur über Apotheken. Aber auch da ist die Online-Penetration schon so bei, ich würde sagen, 25, 30 Prozent, je nachdem, wo du schaust. Also das ist schon auch ein E-Commerce-Markt, der mit anderen E-Commerce-Märkten in Deutschland so mithalten kann. Der Markt, der wirklich digital oder E-Commerce-seitig völlig unerschlossen ist und was jetzt eben auch die große Herausforderung, das große Potenzial ist, ist der rezeptpflichtige Markt. Da liegt aktuell der Online-Marktanteil bei einem kleinen einstelligen Prozent. Wahnsinn. Also der rezeptpflichtige Markt ist ungleich größer, habe ich jetzt mitgenommen, aber war ja bisher gar nicht adressierbar, weil es war sozusagen nicht möglich, mit einem Rezept online verschreibungspflichtige Medikamente zu kaufen oder lief das sozusagen vor dem E-Rezept? Ich sage mal, ja. So ein bisschen die Frage, wie viel Zeit du hast und wie viel Mühe du dir geben möchtest. Also du konntest schon immer in den letzten Jahren mit deinem E-Rezept, also nicht mit deinem E-Rezept, mit deinem ausgedruckten Rezept auch bei uns Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, bestellen. Das bedeutete aber, du musstest das Rezept nehmen und es in einen Briefumschlag stecken, zur Post geben, es einsenden. Dann ist es bei uns angekommen, wir haben es bearbeitet und kannst dir vorstellen, das ist natürlich die Hürde, wirklich was in Umschlag zu tun, zur Post zu laufen, es abzusenden. Die Zeit, die wir dann wieder brauchen, also das ist halt einfach, wenn du was schnell brauchtest, war die Hürde bei uns, was Rezeptpflichtiges zu kaufen, einfach deutlich höher als um die Ecke in die Apotheke zu gehen und es da auf den Counter zu legen und zu sagen, ich brauche es jetzt oder ich brauche es morgen. Also in der Theorie schon adressierbar der Markt, aber in der Praxis nicht wirklich. Die Hürde nicht wirklich. Genau und dann kam ja zum 1.1., jetzt nach auch vielen Jahren der Vorbereitung, endlich, endlich, endlich das E-Rezept, also ein digitales Rezept, wo man ja im ersten Schritt auch gedacht hat, ja Mensch, da müssten eigentlich jetzt die Probleme, die Hürde ja gelöst sein. Da kann ich nur schmunzeln und sagen, nein, denn im Januar kam es ja, aber wir hatten auf unserer Seite noch keine digitale Schnittstelle. Das heißt, als das E-Rezept nach Deutschland gekommen ist sozusagen, war weiterhin die Herausforderung, wie kommt es zu uns? Das heißt, du musstest deinen Arzt um einen, Achtung, Ausdruck deines E-Rezeptes bitten und hattest dann bei uns die Möglichkeit, über einen QR-Code-Scanner in unserer App das einzuscannen und dann einzulösen. Ich würde schon sagen, ist ein Schritt einfacher, als es einen Briefumschlag zu stecken und zur Post zu gehen, aber um ehrlicherweise, ich meine, das ist natürlich, ja, Schwachsinn zu sagen, wir haben ein E-Rezept und dann hast du den absoluten Systembruch und musst es dir vom Arzt ausdrucken lassen. Und viele Praxen richtigerweise haben sich auch einfach geweigert, dann das zu tun und haben gesagt, also es ist ja nochmal irgendwie Aufwand und dann hast du es halt ausgedrungen und dann gehst du mit deinem Ausdruck und in die Apotheke. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück, also vor dem E-Rezept, der Markt der Over-the-Counter-Medikamente, die apothekenpflichtig sind, ist 10 Milliarden, ist ja auch nicht mini klein, aber ja trotzdem eben ein ungleiches Stück kleiner als der Rest. War das immer die große Wette, dass man gesagt hat, oder Player wie ihr, dass sie gesagt haben, irgendwann wird es kommen und dann können wir diesen Markt auch noch besser erschließen? Oder wäre einfach eine andere Strategie gewesen, sich in Beauty und Wellness und weitere, vielleicht auch sogar digitale Applikationen auszuweiten, weil das vielleicht noch gar nicht so sicher war, dass das so kommt, wie es kommt? Ich denke mal, die letzten zwei, drei Jahre ist es schon ganz klein mal das Ziel gewesen, weil so lange oder sogar schon länger ist das E-Rezept ja in Deutschland im Gespräch. Ich denke aber, dass auch diese Ausdehnung zum Beispiel im Beauty und Personal Care vernünftige Schritte sind. Du hattest mich ja gefragt, was macht Doc Morris? Und ich meine, aktuell sind wir im Kern weiterhin eine Online-Apotheke, aber unsere Vision ist natürlich viel, viel größer. Also wir wollen eine Gesundheitsplattform werden und machen da auch wahnsinnige Schritte vorwärts. Also zum Beispiel die Teleklinik gehört zu uns, also der ganze Bereich Telemedizin. Du musst also gar nicht zum Arzt gehen, du hast die Arztsprechstunde online, du kriegst deine Beratung, aber auch da zum Beispiel das Ausstellen eines Rezeptes. Du musst gar nicht mehr immer zum Arzt gehen. Auch das ist ein riesiger Markt, der sich jetzt öffnet und wo wir mit der Teleklinik auch schon teil sind, weil unsere Vision ist wirklich, den Leuten Wege zu ersparen, Energie zu ersparen, Zeit zu ersparen. Es wirklich einfach zu machen, diese medizinische gesundheitliche Gesamtversorgung in einer Plattform zu haben. Das ist auch eine total tolle Mission, wie ich finde, denn was wir auch in dem Interview mit Maximilian Achenbach von gesund.de gelernt haben, ist, dass vor allen Dingen auch in den ländlichen Bereichen Deutschlands sogenannte Apothekensterben passiert. Also es gibt immer wenige Apotheken, weil es aus unternehmerischer Sicht überhaupt nicht attraktiv ist. Es ist sehr unwirtschaftlich. Es fehlt wie in so vielen Kategorien auch der Nachwuchs. Insofern werden digitale Lösungen natürlich ungleich wichtiger. Dazu kommt der demografische Wandel. Der ist natürlich auch eine alternde Bevölkerung oder was mit einer alternden Bevölkerung einhergeht natürlich dazu führt, dass erhöhter medizinischer Versorgungsbedarf entsteht. Also es ist eigentlich echt erschreckend, auf was für eine Situation wir da hinaushaufen. Insofern ist es ein toller Purpose, den ihr auch mit Dr. Morris verfolgt. Aber nochmal ganz kurz zum Geschäftsmodell. Ihr seid eine Apotheke und ihr handelt im Kern. Also es gibt auch Teleklinik und es gibt sicherlich auch noch weitere angrenzende Produkte. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ihr habt ein eigenes Lager. Ihr verbindet jetzt nicht mit einer Apotheke, sondern ihr seid ein eigener Versender. Korrekt. Genau. Das heißt, wir haben große Lager in Herlen und verschicken von da. Also wir handeln. Genau. Ja, okay. So und jetzt kommt das E-Rezept ins Spiel. Also das war ja schon auch ein bisschen überraschend. Man wusste nicht so richtig, wann wird das umgesetzt und wenn ja auch in welchem Umfang. Es gab, glaube ich, auch vorher nochmal so eine Art Fake-E-Rezept-Lösung, die nicht so richtig digital war. Hast du auch ja gerade eben ganz gut beschrieben. Was heißt das jetzt eigentlich für euch? Also ich kann mir vorstellen, von außen betrachtet, das ist jetzt da. Patienten müssen aufgeklärt werden. Und natürlich gibt es auch andere Player neben Dr. Morris. Und es geht jetzt so ein bisschen in Rennen um die Marktanteile los, oder? Genau. Es gibt zwei große, also die Shop-Apotheke und uns. Ganz kurz, spielt Amazon eine Rolle in dem Bereich? Nein. Interessant. Nein. Denn, und das war eben jetzt die große Innovation und da bin ich, denke ich, mit allen anderen bei Doc Morris auch wirklich verdammt stolz drauf, dass wir die Ersten im April gewesen sind, die mit einer voll digitalen Einlösemöglichkeit in den Markt getreten sind. Also was ich ja meinte, im Januar hattest du immer noch die Hürde, du brauchtest den Ausdruck des E-Rezeptes und konntest dann mit dem QR-Code-Scanner. Und seit Mitte April haben wir eine NFC-fähige Lösung. Was heißt NFC? Sehr gute Frage, Caro. NFC steht für Near Field Communication. Also das ist das, was man auch von deinen Payment-Methoden kennt. Ja. Denn das E-Rezept ist ja auf deiner Gesundheitskarte hinterlegt, sage ich jetzt mal so. Und mit dieser neuen Lösung kannst du jetzt bei uns in die App gehen. Also du hast die App oder du gehst zum Playstore und machst einen Download, installierst dir die App und kannst dann einfach, und es ist wirklich so einfach, ich sage, die Karte dran halten. Und dann wird das Rezept eingelesen oder ausgelesen. Die Medikamente werden in deinen Warenkorb gelegt und dann kannst du mit zwei Klicks bestellen. Und wenn du bis 20 Uhr bei uns bestellst, dann liefern wir am nächsten Tag aus. Das habe ich ausprobiert, das stimmt tatsächlich. Sind das, habt ihr dann einen eigenen Lieferdienst angeschlossen oder arbeitet ihr mit Dienstleistern zusammen? Nein, wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen. Und ich meine, klar, das kann natürlich auch immer sein, DHL, Hermes, also die, die man eben auch kennt, UPS, dass es vielleicht da auch mal irgendwie zu einer Verzögerung kommt. Aber wir kontrollieren das ja sehr, sehr engmaschig und dieses Lieferversprechen bis 20 Uhr bestellt. Am nächsten Tag hast du es bei dir vor der Tür stehen. Das halten wir in der allergrößten, größteile aller Fälle. Ja, Wahnsinn. Okay, super, super spannend. Und rennen um die Marktanteile nochmal zurück. Du sagst, es gibt drei große Player sozusagen. Wie würdet ihr euch da sozusagen einordnen? Ihr wart jetzt so die Ersten am Markt, die es geschafft haben. Wie groß seid ihr? Vielleicht auch mal im Vergleich zu den anderen. Also wir haben über eine Milliarde Außenumsatz gesamt. Die Shop-Apotheke ist ein bisschen größer, aber das ist sozusagen unsere Schwungmasse. Und von den Marktanteilen tun wir uns nicht viel, aber halten eben auch zusammen noch im kleinen, einstelligen Bereich, in diesem verschreibungspflichtigen Segment Marktanteile. Also da ist noch sehr viel Raum nach oben. Auch ohne, dass man sich jetzt irgendwie Marktanteile abjagen müsste oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die große Herausforderung ist es jetzt, Deutschland zu erklären, wie einfach es ist und wie viel Energie es auch einfach spart, wenn man die Gesundheitskarte nimmt, sie an sein Handy hält und morgen seine rezeptpflichtigen Medikamente hat. Und das ist natürlich aber auch ein massives Invest jetzt, das zu erklären. Boah, das glaube ich. Aber ich stelle es mir trotzdem so spannend vor, weil es ist ja wirklich ein Geschenk eigentlich für euch. Also in dieser Dekade, wo man jetzt zehn Jahre lang mindestens mal darauf gewartet hat, auf einmal diese regulatorische Veränderung quasi serviert zu bekommen und damit ja natürlich verbunden viele Herausforderungen, aber ja im Wesentlichen auch einfach ein Zugang zu diesem riesengroßen Marktveränderung veröffnet wurde. Wie ist denn das jetzt angelaufen, die ersten Monate? Sehr gut. Ich bin nachhaltig, wirklich fasziniert. Also dieser Launch-Tag war natürlich für uns als Firma, für mich persönlich war ja recht frisch noch. Es war so Mitte April, ich habe im März angefangen. Wahnsinn. Wahnsinnstag, also auch mit so einer Innovation an dem Markt heranzutreten, damit rauszugehen, zu wissen, du stellst da wirklich was hin, was es so dann das erste Mal in Deutschland gibt, diesen voll digitalen Eilungsweg. Der Tag selber war natürlich gut geplant. Also ich meine, du kennst mich jetzt auch ein paar Tage. Ich bin ja auch eher, ich habe einen Plan für einen Plan. Und wenn es A und B nicht wird, dann haben wir auch noch B1.2. Nee, also es gab einen guten Plan. Wir hatten sowohl die ganzen technischen Funktionen, als auch alle Marketingfunktionen, als natürlich auch alle Kommunikationsfunktionen an dem Tag wirklich zusammengezogen an zwei Standorten, in Berlin und in Herlen und hatten also einen sehr dedizierten Durchlauf- oder Ablaufplan, weil natürlich auch alles so ein bisschen Hand in Hand gehen musste. Ich hatte mich schon auf alles vorbereitet, inklusive gegebenenfalls auch eine halbe Nachtschicht zu machen. De facto waren wir nach einigen wirklich Stunden mit allem live und konnten also dann zusehen, wie die ersten NFC-Bestellungen reingetickert sind. Und es war einfach diese Stimmung auch in dem Raum oder die Stimmung auch in der Videoschalte, das war schon gigantisch. Also ich habe ja auch schon eine Menge gemacht und auch eine Menge auf die Beine gestellt, aber auch mit so einer großen Gruppe und auch in der Komplexität und auch in der Wichtigkeit für das Unternehmen habe ich bisher sowas noch nicht gemacht und es war einfach ein Wahnsinnstag. Du hast gefragt, wie es gelaufen ist. Es läuft gut an. Klar kann es immer auch noch mehr sein, weil eben so viel Potenzial da draußen ist, aber wir sind sehr, sehr zufrieden, weil wir vor allem auf KPIs, die auch so für so ein nachhaltiges E-Commerce-Modell wichtig sind, wie zum Beispiel Neukunden, extrem gute Fortschritte sind. Also wir sehen ganz, ganz klar, dass wir mit diesem Angebot jetzt A, mehr Neukunden, aber auch nochmal ganz andere Zielgruppen für uns erschließen. Und das sind natürlich jetzt, das sind drei Monate. Und wir dürfen nicht vergessen, das Rezeptgeschäft ist so ein bisschen auch ein Quartalsgeschäft, weil wenn du regelmäßig Rezepte brauchst, ist da ja dieser Quartalsturnus drin und die meisten Leute gehen auch Anfang des Quartals dann zum Arzt, holen sich ihr neues Rezept. Das heißt, da ist schon so eine, ich sage mal, eine eigene Saisonalität im Business drin. Von daher hatten wir jetzt einen von diesen Quartalspeaks oder Starts bisher und haben also da gesehen, wie das angezogen ist. Und das ist, denke ich, für die weitere Entwicklung des Geschäftsmodells natürlich massiv positiv, wenn du gerade eben auch auf sowas wie Neukunden und jetzt auch Reoccurring, also Repeat Business, die positive Vorzeichen hast. In der Art und Weise. Nur grüne Zahlen, Caro. Ja, dort. Also das sehe ich auch so. Also maximales Neukundenpotenzial, die man jetzt wahrscheinlich mit sehr, sehr, sehr viel Awareness-Marketing auf sich aufmerksam machen muss. Aber irgendwie auch eine Grundlage wahrscheinlich vorher geschaffen werden muss, dass diese Neukunden auch wieder angesprochen werden können. Stichwort CRM. Habt ihr schon erste Indikationen, ob nach sozusagen der ersten Nutzung des E-Rezepts sich da auch Wiederbestellungen sozusagen einstellen? Vielleicht auch aus anderen Kategorien. Gar nicht jetzt zwingend das Wiederholer-Rezept, sondern ich gewinne einen Neukunden über die Einlösung eines E-Rezepts und kann die Person weiterentwickeln in OTC? Ja, fairerweise, was ich meine, es ist natürlich jetzt mit zwölf Wochen plus minus, es ist noch sehr, sehr frisch. Wir kennen das ja auch von der Kaufrequenz. Gerade im Beauty-Personal-Care, ja, schaffst du auch vielleicht viermal im Jahr. Aber in der Regel sind ja so zwei, drei Käufe im Schnitt so eher der Standard. Aber auch da sehen wir, dass das ist, was du ansprachst, dieser Cross-Sale oder der Up-Sale Richtung OTC etwas, was da ist. Und eben, dass sich einfach die Aktivität, wir hatten davor ja auch schon Bestandskunden und auch Bestandskunden in der App. Ich glaube, das ist nochmal auch von den Herausforderungen, Marketing-seitig, aber auch von Unternehmen. Wir waren immer im E-Commerce, aber und sehr klar Webshop. Ja, spannend. Und jetzt mit der digitalen Einlösung des E-Rezeptes, das funktioniert nur in der App. Das heißt, App und Business haben jetzt eine ganz andere, oder die App hat eine ganz andere strategische Bedeutung jetzt für das Vorankommen, für das Geschäft, als es davor hatte. Nichtsdestotrotz hatten wir natürlich davor auch schon App Business und damit Nutzer in der App. Aber was wir da ansehen im Moment, der Anstieg an Monthly Active Usern, also das haben wir mehr als verdoppelt, also deutlich mehr als verdoppelt. Wahnsinn. Aber auch die Installationsraten, die wir sehen, das hat es so in all den Jahren davor nicht gegeben. Ich sage immer, klar, es ist natürlich auch so ein bisschen Horse and Carriage, denn ohne die App funktioniert NFC nicht. Also das ist ja logisch, dass da jetzt ein Zusammenhang ist, aber gerade eben auf App Installations und Monthly Active Usern sehen wir sehr, sehr positive Zahlen und eben auch das Engagement, das wir jetzt brauchen. Aber das bedeutet ja auch, dass ihr rein organisatorisch oder auch von den Fähigkeiten, die ihr im Marketing braucht, nicht sehr völlig anders aufgestellt sein müsst, theoretisch. Also ich kann es mir so vorstellen von außen, vorher OTC, Beauty und Wellness kann man wahrscheinlich, genauso wie alle anderen Kategorien im E-Commerce, super gut über vielleicht sogar Preissuchmaschinen irgendwie im niedrigeren Funnel quasi bewerben, auf dem Desktop dann auch kaufbar machen. Vielleicht hat auch die eine oder andere Person auch Lust auf die App, aber es war prima in Desktop getrieben, hast du ja erzählt. Jetzt muss es sozusagen App getrieben sein und ich darf sicherlich auch kein verschreibungspflichtig wieges Medikament irgendwie bewerben. Korrekt. Korrekt. Wir hatten ja vorhin schon über die unterschiedlichen, weil ich meine, es sind wirklich fast wie zwei unterschiedliche Businessmodelle. Also du darfst im rezeptpflichtigen Markt gesetzlich keinerlei Werbung machen. Das heißt, du darfst nicht positiv dazu animieren, irgendwas zu nehmen, aber du kannst auch zum Beispiel preislich oder all diese Standardmechanismen, wir können halt nicht in Arztpraxen werben, wir könnten jetzt keine Kauf-3-Zahl-2-Bundles oder so machen, Gottes Himmels Willen. Also diese Standard-Tools, die man aus dem E-Commerce kennt und die auch der Kunde gewöhnt ist, können wir einfach in dem Bereich Null anwenden. Und das ist also das eine wirklich in dem operativen Doing, das andere ist aber auch das drüber Nachdenken, wie man es marketingseitig angeht. Das eine ist Awareness, aber es ist ja auch mehr ein Service. Und ich glaube schon, dass es gedanklich anders ist, ob du ein Produkt verkaufen willst, also ein Nasenspray, ein Lippenstift, Parfum, irgendwie was. Oder aber ob du einen erklärungsbedürftigen Service vermarktest. Und das haben wir jetzt eben parallel und was du ja gerade meintest mit dem Upselling, Cross-Selling, teilweise ja auch sogar noch verheiratet. Das heißt, ich persönlich muss wirklich sagen, ich bin super happy aktuell mit meinem Job, weil es einfach auch mehr ist. Also es ist eine einmalige Marketingaufgabe, sowas zu erklären, sowas anfassbar, handhabbar, erlebbar zu machen. Aber und es ist natürlich auch die ganze Technikseite. Also diese Journeys, die wir jetzt begleiten, über die App, aber eben über den Service, dann aber doch wieder in das Verkaufen von OTC. Das ist schon was, was ich so in der Vergangenheit nicht gemacht habe und das ist einfach mega viel Spaß. Ja, total. Vor allen Dingen, du hast jetzt auch so diese FMCG-E-Commerce-Erfahrung, wo wir einfach alle wissen, gerade auch in den letzten zwei Jahren, spielt der Preis einfach eine unfassbar wichtige Rolle. Boucher, Boucher, genau. Gutscheine, 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 Gutschein-Phobie. Und es ist ja auch, wir hängen da ja alle so ein bisschen an der Nadel. Es ist ja super schwer, wenn alle es machen, davon irgendwie loszukommen. Aber wir sprechen ja auch schon seit ein paar Monaten irgendwie in der Branche darüber, dass wir Branding verpennt haben. Und natürlich ist aktuell der Preis ein wichtiges Kriterium, aber du kannst damit einfach kein wirtschaftliches Geschäftsmodell langfristig aufrechterhalten. Das heißt, du musst eigentlich diesen Sprungwagen stärker in Richtung Branding. Was ist denn echt mein USP? Wie kann ich mich differenzieren? Das sind ja eigentlich Sachen, die man sich von euch theoretisch ein bisschen abgucken kann, wenn man das jetzt gelöst bekommt. Hier zum einen Awareness aufzubauen, aber eben auch zum anderen über Services und so weiter Kunden zu gewinnen und auch langfristig zu binden. Wie macht denn ihr das jetzt aktuell? Also was sind denn so Awareness-Maßnahmen, die bei euch passieren aktuell? Wir sind wirklich Full-Funnel. Die meisten sagen ja immer, sie sind 360 Grad und Full-Funnel. Das sind ja so die Buzzwords. Wir sind es aber tatsächlich zurzeit wirklich und auch in sehr, sehr gesunden Splits in Richtung, also auch Upper-Funnel, was ja so gerade meines die letzten Jahre war hart. Also diese Upper-Funnel-Aktivitäten sind oftmals zu kurz gekommen, waren schwer zu verargumentieren, teilweise auch einfach nicht finanzierbar. Das ist bei uns im Moment anders und wir achten da auch wirklich sehr drauf, dass wir oben anfangen. Wir sind auch aufgrund der Zielgruppe natürlich sehr, sehr stark im TV unterwegs, sind also seit Anfang des Jahres eigentlich durchgängig mit Kampagnen draußen, wo wir auf das E-Rezept erst mal hingewiesen haben, aber jetzt sehr stark auch erklärend unterwegs sind, wie einfach es mit der App ist und was das für Vorteile hat. Einfach Gesundheitskarte-App, kurz gescannt, einmal geschlafen, einmal gepennt und schon hast du es am nächsten Tag vor der Tür stehen. Wir sind also im TV unterwegs. Wir machen natürlich auch Online-Video im Bereich Social Media, jetzt verstärkt was, schauen auch bei Influencern jetzt sehr, sehr gezielt. Denn bei der Zielgruppe ist es ja schon so, dass viele Menschen eben, die einen planbaren Rezeptbedarf haben, auch chronisch krank sind. Und die wiederum haben ihre eigenen Communities, die haben ihre eigenen Bedürfnisse hinsichtlich der Ansprache. Und da schauen wir schon, dass wir mit Influencern zum Beispiel jetzt auch in Kooperation gehen. Was darf man? Schulterschluss. Ja, denn das ist ja jetzt der Punkt. Also wir bewerben ja keinerlei Medikament oder auch nicht den Medikamentenkonsum oder irgendwie etwas, sondern wir stellen bei all unseren Marketingmaßnahmen ausschließlich die Serviceleistung, also den voll digitalen Einlösungsweg für das E-Rezept. Das ist der Marketingkern. Das zu erklären und da eben zu zeigen, wie einfach es ist und eben, was es für Vorteile hat. Du sparst dir die Wege zur Apotheke, du sparst dir die Zeit, du sparst dir die Energie, eben auf diese Vorteilskommunikation der Lösung einzugehen. Das steht im Fokus. Genau. Dann, also viel TV haben jetzt auch lokal, out of home und Radio auch nochmal gezielt ausprobiert, haben da sehr, sehr gute Ergebnisse mit erzielt, wollen das also nochmal deutlich stärken. Weil natürlich, das ist immer die Frage, wann müssen wir eigentlich mit der Karo Kontakt aufnehmen? Am besten, wenn du aus der Arztpraxis rauskommst und dir überlegst, machst du jetzt noch die Schleife über die Apotheke oder fährst doch eben schnell lieber die Kinder abholen oder zu deinen Eltern oder was man eben so lieber macht, als irgendwie einkaufen gehen. und machst es dann dort eben abends kurz vor Ort oder direkt eben aus der Praxis. Es dauert wirklich eine Minute, wenn überhaupt, das Einlösen und sparst dir den Weg und die Zeit. Machen also sehr, sehr viel jetzt nochmal in Richtung out of home, Aktivierungsmaßnahmen und natürlich App-Marketing. Ja, also dieses Horse and Carriage, was ich sagte, also ohne App funktioniert es halt nicht. Ja. Und haben da jetzt im Verhältnis zu den Vorjahren jetzt nochmal deutlich Fokus gesetzt auf jegliche Form vom App-Marketing, um da die Installed-Base, aber auch die Aktivität in der App aufrechtzuerhalten. Was ich mir besonders schwierig vorstelle ist, du hast es eben schon angesprochen, sozusagen die Zielgruppe. Man kann das jetzt natürlich breit irgendwie angehen, aber wir wissen ja eigentlich mit ein bisschen Marketing-Hintergrund, zielgruppenspezifisch Marketing hatten wir einfach geschlossen. Mehr schöner. Aber wie fange ich dann an? Fange ich sozusagen bei den älteren Menschen an, weil ich weiß, da habe ich einen größeren Bedarf? Fange ich bei jüngeren Menschen an, weil ich weiß, sie sind digital affiner? Gehe ich auf Patienten-Journeys und bestimmte Krankheitsbilder, du hast ja von bis, von einem, keine Ahnung, Nasenspray mit Cortison oder so, habe ich mir jetzt ausgedacht, bis hin zu wirklich ganz krassen Medikamenten für akuteste Krankheiten, hast ja so unfassbar viele Anwendungsfälle oder adressierbare Mikrozielgruppen. Wie habt ihr dazu einen Take, wie man sowas schrittweise oder wie angeht? Ja, wir haben es klassisch zweigeteilt. Wir haben gesagt, okay, wir fahren diese Awareness-Kampagnen und sind da schon im, ich sage mal, in der oberen Altersverteilung unterwegs. Ja. Denn 40 Prozent aller Deutschen über 16 sind chronisch erkrankt. Also das ist so eine Zahl, die war mir, bevor ich angefangen habe, auch nicht so bewusst. Ja, also das ist schon etwas, was auch in jungen Jahren gibt es eine Vielzahl von chronischen Erkrankungen, die sich einfach, die einfach da sind. Aber natürlich ist es auch so, dass wenn man über 60 plus schaut, dieser Anteil nochmal erheblich nach oben schnell. Das heißt, wenn man über Chroniker spricht, dann findet man die, ist es einfach, die Zielgruppe, wenn man so sagen möchte, die Zielgruppe größer in dem Segment 60 plus. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssen dort sozusagen erstmal erklären, was es jetzt gibt und da ist auch unser Awareness-Fokus. Aber und wir gucken schon, dass wir auch mit den Social-Media-Aktivitäten und mit den anderen Aktivitäten einfach breiter streuen. Hintergrund ist, dass es über drei Millionen oder knapp drei Millionen ja allein Fliegende in Deutschland gibt. Weil es ist ja immer wieder diese, hast du in anderen E-Commerce-Modellen ja auch, Entscheider und Käufer. Ja, das stimmt. Du hast also ja auch noch diesen Konflikt und je nachdem, wie chronisch krank oder wie krank man ist, dann ist doch die Frage, weißt du, wie viel machst du wirklich noch selber und wie viel wird dir vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache unter die Arme gegriffen. Von daher schauen wir schon, dass wir sehr, sehr breit reingehen und auch für diese Caretaker, wie wir sie nennen, jetzt gezielt Ansprache, Ansprachen planen und die einfach, auch wenn wir Marketing machen, als Zielgruppe vor Augen haben und natürlich unsere Bestandskunden. Das war natürlich der erste Ansatzpunkt oder ist weiterhin auch da, dass wir einfach schauen, sehr viel über Newsletter, aber auch über Push und auch Print immer noch, dass wir unsere Bestandskunden halt informieren, anschreiben und erklären, wie einfach es ist, voll digital dein E-Rezept einfach so einzulösen. Da machen wir in alle Richtungen was. Aber ja, es ist komplex. Was wir schon sehen, so mit dem Alter von 70 ist ein Bruch. Also da sieht man schon, dass es uns deutlich schwieriger fällt, Leute zu einem App-Install zu bewegen. Ja, von daher überlegen wir da jetzt nochmal sehr stark, was können wir da zusätzlich noch anbieten, wie machen wir da die Ansprache. Was sehr gut funktioniert, ist bei uns weiterhin Printmailings, also wirklich auch der klassische Brief, man mag es ja gar nicht glauben. Nee, tatsächlich überraschend mich auch. Ja, aber das ist natürlich zielgruppenspezifisch. Da schauen wir. Okay, spannend. Aber ja, mir wäre es auch einfach. Das war auch so mein erster Gedanke. Ich habe gedacht, was ist jetzt denn eigentlich deine Kernzielgruppe oder so. Aber es ist halt mit 40 Prozent chronischer Erkrankung und nochmal deutlich mehr Menschen, die ja auch anders geartet einen planbaren Rezeptbedarf haben. Ich sage jetzt mal, wenn du in die Wechseljahre kommst, irgendwie Hormone brauchst, du bist ja nicht chronisch krank. Aber du hast einen planbaren Rezept oder dein Pille-Rezept zum Beispiel. Das ist ja schon auch da. Also jeder, der im Endeffekt einen planbaren Rezeptbedarf hat, schauen wir, dass wir irgendwie darauf reagieren können. Ja, klar machen, wo die Vorteile sind, es jetzt voll digital einzulösen. Ja, Deutschland ist wahrscheinlich für euch der stärkste Markt oder wo seid ihr noch unterwegs außerhalb von Deutschland? Und gibt es da auch schon das E-Rezept? Konntet ihr aus anderen Ländern eigentlich schon was lernen? Nein, nein. Also wir haben da den kompletten Fokus auf Deutschland. Es ist auch unser Kernmarkt. Und da werden wir auch dieses Jahr und auch im nächsten Jahr erst mal die Hauptenergie reinstecken. Und gibt es noch nicht in anderen europäischen Ländern E-Rezept? USA oder sowas? In den USA darf man auf jeden Fall für Medikamente werben. Wer da schon mal im Hotel oder so im Fernsehen angemacht hat, das ist total krass. Also ich habe so antidepressive Werbung und so weiter. Das ist absurd. Aber okay, also Fokus auf Deutschland. Dann nochmal zurück zum Geschäftsmodell. Ihr seid ja mit eurem Umsatz auch schon wirklich, wirklich groß. Typischerweise Player aus anderen Kategorien werden möchten oder haben Ambitionen zur Plattform zu werden. Das habt ihr auch. Öffnen sich aber auch für Marktplatz-Sortimente. Spielt das für euch auch eine Rolle? Wir haben Marktplatz. Das heißt, wir haben viele Produkte im Bereich Longtail, die über Marktplatz angeschlossen sind. Das ist genauso wie Eigenmarke für uns ein Thema, wo wir auch dran sind, was wir auch in diesen und den nächsten Jahren forcieren werden. Aber in diesem Jahr, Fokus, 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 steht alles im Zeichen vom E-Rezept, von unserer App. Also da sind so die Kernthemen, so klassisch OKR gesprochen. Das sind so unsere großen OKRs, wo sich alle drauf ausrichten und wo wir halt schauen, dass sowohl die Marketingkapazitäten, die Investments, aber auch von Tech-Seite, also Product und Tech, dass wir da schauen, dass wir da investieren. Ja, nachvollziehbar. Und hinten darf man, also aus deiner Flakuni-Zeit kennst du das, WKZs und Retail Media, also bezahlte Platzierungen von bestimmten Produktmarken. Geht das im OTC-Bereich oder aus dem Staat nicht? Das geht. Das heißt, da könnt ihr schon auch noch weitere Erlösströme theoretisch anknüpfen oder macht ihr vielleicht sogar auch schon. Ja, in der Tat, sehr spannendes Thema. Ist auch so ein bisschen, muss man schon sagen, fast, ja, leider, weil Retail Media ist ja auch wirklich booming. Und da wachsen wir auch sehr stark. Da haben wir auch eine eigene Mannschaft, die sich da drum kümmert und wachsen da auch sehr, sehr stark. Waren da auch mit Kriterien jetzt die Ersten am deutschen Markt, die auch Video, du kannst also bei uns auch Video als Retail Media buchen und platzieren, sind da auch eigentlich maximal innovativ unterwegs. Also das ist, glaube ich, etwas, was ich, als ich das erste Mal von Doc Morris gehört habe, nicht gedacht hätte, wie innovativ dieses Unternehmen eigentlich ist. Also im Bereich Retail Media aber auch, wenn du überlegst, die Ersten, die diese Lösung im April gelauncht haben, dann, das musst du auch erst mal machen. Aber zurück zu Retail Media. Nein, machen wir, machen wir auch sehr erfolgreich, wächst auch bombastisch, sind wir auch dran, ist aber leider eben genauso wie das Thema Eigenmarke oder Marktplatz, durch den ganz klaren Fokus und die Priorisierung sprechen wir da viel zu wenig drüber. Aber ich kann dir mal den Björn vorbeischicken. Ja, wer ist Björn? Der sich bei uns um Retail Media kümmert. Cool. Und der auch Geschäftsführer da unserer Retail Media Einheit ist. Und dann sprichst du mal mit dem nur und ausschließlich über Retail Media. Sehr geil. Denn ja, das ist für uns ein zusätzlicher Erlösstrom und es funktioniert auch sehr, sehr gut jetzt mit den First-Party-Daten und der Ansprache. Also da haben wir auch einige tolle Dinge, die da gerade laufen. Dorit, ich habe das schon verstanden, dass ihr jetzt maximalen Fokus habt, das Thema E-Rezept zu stabilisieren, da wirklich das Maximum auch an Neukunden zu gewinnen. Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, also auch schon gegeben eurer Größe, was sind denn so die nächsten großen Wetten? Ich habe vor ein paar Wochen auf der K5 gesagt, ich glaube ja total an Conversational Commerce, dass das so wirklich der absolute Game Changer sein kann, weil durch Conversational Commerce eben so dieses Element der Beratung erstmalig abgebildet werden kann. Viele Player in den verschiedensten Kategorien sprechen natürlich auch immer von Beratungskompetenz und so weiter, aber am Ende des Tages im VR passiert das eigentlich nicht wirklich. Aber durch eben Einsatz von Sprachassistenten zum Beispiel kann das ja tatsächlich abgebildet werden, was bisher eigentlich nur im stationären Handel oder in der Apotheke in eurem Fall möglich ist. Habt ihr da auch schon erste Gedanken, was das für euch für eine Rolle spielen kann? Ja. Das ist jetzt eine große Frage. Ja. Und zwar in beide Richtungen, sowohl im Positiven als im Negativen. Also du hattest gerade gefragt, was sind unsere großen Wetten? Also natürlich neben dem E-Rezept die Telemedizin. Und ich weiß, wir haben jetzt schon so viel gesprochen, wir könnten vermutlich eine Stunde alleine über die Teleklinik sprechen. Ja. Auch da komme ich gerne wieder, dann würde ich den Julian und den Benedikt mitbringen. Sehr gut. Die sich darum kümmern, weil das ist ja auch ein Riesenmarkt. Mit der Teleklinik decken wir, glaube ich, schon knapp 30 Prozent auch der Konsultation da ab. Also das ist wahnsinnig wachsend. Ja. Und ich glaube, das ist als Teil dieses Gesundheitsbikursystems eine grundsätzlich größere Wette für die nächsten Jahre. Weil es so wenig Arztpraxen gibt oder weil man Themen hat, die man nicht so gerne persönlich bespricht. Also das überrascht mich tatsächlich, dass der Markt auch schon so groß ist und ihr natürlich auch entsprechend einen großen Anteil schon an euch erarbeitet habt. Und du, ich glaube einfach, das Thema ist die Verfügbarkeit auch von Spezialisten. Ja. Wenn du überlegst, wie schwierig, ich meine, diese Arztvermittlungsplattformen sind ja auch wahnsinnig erfolgreich. Und warum? Weil sie einfach freie Termine mit Ich suche einen Termin übereinander bringen. Ja. Wenn du versuchst, bei deinem Standardarzt, dann muss da noch weiter irgendwie geschickt werden, da einen Termin zu kriegen. Mei, probier das mal, du rufst an. Und dann sagen die, wir haben im Februar 2025, hätten wir irgendwie Montag den einen freien Slot für sie. Und das ist natürlich über dieses Telemedizinangebot kommst du viel, viel schneller, viel, viel direkter. Auch an Experten und Experteneinschätzungen. Das würdest du so, glaube ich, gar nicht im Moment hinbekommen. Also leider Gottes, aber es ist nun mal die Realität, dass das knapp ist. Du hattest aber gerade noch mal zu Conversational Commerce gefragt und ich wollte jetzt nicht komplett aus dem Ruder laufen. Wenn man mich fragt, was ist ein großer Vorteil von einer Online-Apotheke? Ja, klar, jetzt das E-Rezept. Ich kann dieses Wort nicht oft genug sagen, aber und in der Tat, ich glaube auch die Beratung. Wir haben ja so Pi mal Daumen knapp 2000, ein bisschen runter Mitarbeitende bei uns, bei Doc Morris. Und so give or take 200 sind Apothekerinnen, Apotheker und pharmazeutische Fachkräfte. Wahnsinn. Und die setzen wir zur Beratung an. Also nicht nur Wechselwirkungschecks, sondern wirklich zu einer Beratung. Und du sagtest das ja auch gerade mit dem, mal will man ja auch was besprechen und möchte das aber vielleicht auch nicht besprechen. In der Apothek gibt es ja jetzt dieses Gesetz, es wird dir ja laut vorgelesen, was du bekommst und wofür es wie wirkt. Und auch das vielleicht nicht unbedingt etwas, was man bei jedem Medikament haben möchte. Das heißt, wir bieten, ich glaube, da echt einen einmaligen Service eben in unserer Beratungsleistung, die wir dadurch, dass wir so viele, so eine große Breite haben, die wir abdecken können, das auch noch mal ganz anders bearbeiten können als eine stationäre Apotheke. Ich meine, da ist es vielleicht persönlicher, weil es der Apotheker ist, wo du schon als Kind warst, irgendwie deine Gummibärchen-Tüte gekriegt hast oder so. Ja, das können wir vielleicht nicht so jetzt direkt liefern, aber die Beratungsqualität und vor allem, wenn es auch spezifische Krankheitsbilder sind, wenn es komplexere Medikationspläne sind, solche Dinge, das finde ich schon ziemlich einmalig, dass wir da so einen großen Personalstamm haben, der beratend tätig ist. So, und natürlich sind da sämtliche Chat-Funktionalitäten, Videosprechstunde, all das machen wir schon im Standard. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ich glaube, das Thema AI ist richtiger Maßen noch ein bisschen weiterhin kritisch zu betrachten, wenn es um Gesundheitsthemen geht. Denn das ist einfach, die Gesundheit ist das heiligste Gut. Da muss man halt so fragen, diese Trends, alle Krankheiten zu googeln und so, und dann ist halt die Frage, was du dann kriegst. Also ich glaube, das muss man sehr mit Augenmaß machen, aber das natürlich auch die digitalen Kommunikationswege da verstärkt, also WhatsApp, Videosprechstunde, diese ganzen Sachen nutzen wir und darauf bauen wir auch. Also das ist Beratung, ist auch eine weitere Wette für die Zukunft, dass wir uns da auch deutlich abheben können, in dem, was wir unseren Patientinnen, Patienten und Kundinnen und Kunden damit an die Hand geben können, als es auch eine kleinere stationäre Apotheke irgendwo machen kann. So, jetzt sagte ich Licht und Schatten. Conversational Commerce, wenn du es jetzt ganz, 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 ganz bis zum Ende denkst, hat natürlich auch eine große Schattenseite, glaube ich, für alle Webshop- oder App-basierten Modelle. Ich denke an den World Mobile Congress, dieses Jahr, wo ja auch das erste AI-Phone vorgestellt wurde. Da bin ich persönlich mal sehr gespannt, weil das natürlich auch in alle werbetreibenden Budgets reingehen wird, dass du gar nicht mehr auf deinem Telefon schaust, also keine Werbung mehr siehst, nicht mehr interagierst, sondern wirklich nur noch mit deinem Endgerät sprichst. Genau, dass du sozusagen mit dem Betriebssystem interagierst, ohne, dass du vorher irgendeine andere Anwendung aufmachen musst, wie Google, wie Meta, was auch immer man aktuell ist. Oder irgendeine App. Ja, genau. Und dann wäre natürlich in der Tat die Frage, und das sind schon Dinge, die wir auf der Szenarioplanung haben, was if, wenn dein Telefon alles dir abnimmt, also wenn du so ein AI-basiertes Telefon hast und du überhaupt nicht mehr eine App downloaden musst und überhaupt nicht mehr mit irgendeiner Mark interagierst. Ich persönlich glaube, da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, weil das ja auch bedeuten würde, dass du keinerlei Werbung mehr siehst. Dann vielleicht nur noch was. Also das wären ja schon kurz mittelfristig, ja langfristig wahrscheinlich irgendwie wiederum doch, weil da steckt ja auch einfach so viel Geld in dieser Industrie, dass man das einfach abschneidet, Abschneidet kann ich mir irgendwie noch nicht so recht vorstellen. Deswegen. Oder wir hören ab sofort auch alle Wärmung. Das kann natürlich alles sein. Ich glaube aber, dass andere Wetten, wie zum Beispiel jetzt, eine Wette ist es nicht, es wird Realität, die elektronische Patientenakte und oder weitere digitale Gesundheitsanwendungen, wie zum Beispiel das Einhalten von Medikationsplänen, also so eine, wenn ich jetzt mal salopp, Pillenkontroll-App, das ist solche Anwendung, dass du also wirklich auch deine Medikamente korrekt und zeitlich korrekt einnimmst, dass dich da einfach noch viel tun wird. Und das wären dann wieder auch so Elemente, die wir ganz gerne bei uns im Gesundheitsökosystem dann verankern würden. Denn das hat mich auch erstaunt, wie viel man bei der Medikamenteneinnahme echt falsch machen kann. Nicht nur, dass du irgendwie Wechselwirkungen oder solche Sachen da schieflaufen, sondern dass du einfach Dinge, die du eigentlich mit Wasser, mit Milch nimmst oder morgens mal eben kurz mit deinem Kaffee, also es gibt ja die dollsten Sachen, ohne dass sich die Leute bewusst sind, dass die Wirkung im Zweifelsfall gar nicht vorhanden ist oder sogar kontraproduktiv ist. Und auch wie wichtig das Einhalten von zeitlichen Abständen bei der Einnahme, was das eigentlich macht hinsichtlich Wirkungsweise. Das sind auch so Dinge, die ich jetzt erst dazu gelernt habe. Ich glaube, man viel, viel, ja aber mit digitalen Lösungen den Leuten an Aufwand abnehmen kann, an selber dran denken, an Zeit und Energie, indem du es einfach voreinstellst und dran erinnern wirst. Ja, Wahnsinn. Also ich bin in Zwiegespalten jetzt die letzten 45 Minuten gewesen zwischen Wahnsinn, wie unterdigitalisiert und drückständig das Ganze ist und hin zu, wow, was für Chancen. Und was für eine tolle Aufgabe. Vielleicht letzte Frage, liebe Dorit, denn wir kommen schon zum Ende. Was sind denn so, du bist jetzt seit drei, vier Monaten dabei, die Themen, auf die du dich jetzt am meisten freust in den nächsten drei, vier Monaten. Ich freue mich auf unsere neue Kampagne zum zweiten Halbjahr, wo wir ja jetzt nochmal aufdrehen werden. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die Zusatz-Services, die wir jetzt stärker in den Fokus nehmen, unter anderem das Folgerezept, wo wir also dann das komplette Rezeptemanagement abnehmen können. Und ich freue mich weiter die Kurven der App-Installs und der Monthly Active User und einfach dieses Arbeiten jetzt auch an der App, um da das Engagement zu treiben und zu halten. Sehr schön. Liebe Dorit, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Das waren schon 45 Minuten. Schon drüber, ja. Ach Mensch, Caro. Ja, wir gehen gleich nochmal Mittagessen und dann können wir noch ein bisschen weiter quatschen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Das ist eine tolle Aufgabe, die du hast. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und hier warst. Und ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Vielen lieben Dank, Caro. Und ich hoffe, wir sprechen uns im nächsten Jahr wieder. Super gerne. Und dann berichte ich mehr von den nächsten Schritten und weiteren Dingen. Wie das erste Jahr gelaufen ist. Im Gesundheitsökosystem. Super cool. Danke, liebe Dorit. Danke, Caro. Und das war schon wieder eine Folge Kassenzone mit Caro. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen von eTrips, die mich bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Folge unterstützt haben. Für die Zeit bis zur nächsten Folge kann ich euch zwei Sachen ans Herz legen. Einmal findet ihr auf kassenzone.de noch die Folge mit Maximilian Achenbach von gesund.de. Da sind nochmal sehr interessante Insights zum E-Rezept, zum Apothekensterben und so weiter. Oder auch eTrips.de. Dort findet ihr sehr interessante Newsartikel und weitere Whitepaper, die euch die Zeit bis zur nächsten Folge vertreiben. Nicht vergessen, den Newsletter zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.